Herzlich willkommen liebe Leute und Freunde des Wetters, Freunde der Nacht, des Tages und Freunde, die gerne YouTube-Videos gucken. Gut, wir machen Team mit Muster. Ja, und dann von mir auch. Dann auch nochmal von mir. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Von mir müssen wir hier wirklich. Wir sind hier in der Allianz Arena, Hangar gehen, spielen. Wir sind auch in passendem Trikot angezogen. Und ich suche jetzt mal die Fake-Schnitte. Äh, Fake-Schnitte? Wo bist du? Treiben wir uns bei den Kabinen. Scheiße, ich kann den... Ich bin... Äh, warte... Scheiße, ich weiß, wer er ist. Das ist ja Kack-Spaß. Okay, hier. Gut. Hier hoch. Uh, war ja... Ach du, heilig. Scheiße, die blickissen. Gib mir auch was, wenn du was hast. Links rum geht's nicht. Ich weiß, da sind keine Rechtshäuser. Flo, was fallet denn? Warum hast du Flo geflogen? Ich hab hier ein bisschen Rüstung für dich. Der hat gerade Flyhack vor meinen Augen benutzt. Ja, liegt hinter meinen Augen. Weiß Flo, wie man Hack geeinsetzt? Der ist vor mir über den Zaun geflogen und hat dann noch da die ganze Tribüne hochgeflogen. Ich hab Eisenschwert. Läuft. Okay, gib... Hast du noch eins? Ich hab ihn in Goldsch... In den Goldschluss für dich. Nein, ich bin runtergefallen. Ich bin gefangen. Gut, dass ich ihn in der Pelle habe. Nee, du kannst es abbauen. Das weißt du. Was? Hast du den Leuten gesagt, dass wir Hunger Games mit abbauen machen? Oh, da ist ein deutschland- und goldenen Apfel drin. Hast du die Kiste übersehen? Hab ich auch fast übersehen. Geh mal ein bisschen vor, sonst hänge ich dir im Arsch. Und du bist runtergefallen. Juhu. Loll, ich kann abbauen. Hammer, nice. Boah, was machen wir denn am Fenster? Ach nee, wir machen ja Hunger Games mit abbauen. Oh, Junge! Junge, 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 Junge! Und Black Devil hat wieder mit seinem Hammer des Todes gesprochen und hat ihn umgebracht. Oh nee. Okay, wir haben ja noch ein bisschen Lederhose drin. Passend, dass wir in der Allianz Arena sind, haben wir eine Lederhose. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Und ich bin natürlich in einem Trikot. Haben wir nice? Ja, ja. Ich hab ein Trikot an. Ich hab ein Spanientrikot an. Also das passt wie die Faust aufs Auge, wie der Finger in das Popo noch. Oder weiter passen will. Äh, das Niveau sinkt. Das Niveau sinkt und sinkt. Das geht, ja. Ich komme hier jetzt hier wieder raus. Da hinten ist ein Eisnern. Ich seh den, glaub ich. Und da ist ein Goldschwert drin, geil. Und ich hab ein Eisenschwert und kein Essen. Hast du das Essen für mich? Äh. Äh, das Essen drin, lol. Ja, ich hab das extra drin gelassen für dich. Weil ich ja so sozial bin. Oh, hier war schon jemand in der Glaskuppe. Äh, ne, Steinkuppe. Und weil ich auch so sozial bin. Kein Scherz. Mach ich nicht. Alter, mach das nicht nochmal. Was wenn doch. Okay, lass mal ein paar Leute. Machen wir die nie wieder Team. Hier oben ist noch eine Kiste. Ich könnte dich jetzt hier wieder tollen. Nein, nein, nein. Da lümmelt ja der, hier, der Black Devil rum. Da lümmelt doch der Black Devil rum. Irgendwie hat sich das... Warum kann ich den Zaun nicht abbauen? Ich glaub, Zaun kann man nicht abbauen. Scheiße. Äh, wie komm ich jetzt da rüber? Kann man das hier bauen? Nein, da ist drunter nichts. Ach, da bist du nicht. Wer ist das? Nee, hab's nicht. Ah, Klosturm, Klosturm, Klosturm. Nicht. Ach, da ist ein Klosturm. Ich hol mir erst mal ein paar Blöcke. So, erst mal ein paar Blöcke. Weil du's nicht kannst. Hast du die Schilder gesetzt? Ja. Nein, ich hab die Schilder gesetzt. Ach so, die war schon da? Von der Map? Oder hast du die einfach ein Schild gecropft und da hingesetzt? Ich mach gleich ein Schild und schreib da hin, Evil Launch. Ah ja. Ich hab da noch nicht drauf gespielt. Oh, da ist ja, da wachsen sich ja jemand. Ja, ich schon mit... Was? Der hat mich mit dem Stahlschwert gekillt? Ich hatte noch volles Leben. Nur ein bisschen Hunger. Oh, Junge, da kommt der Evil von oben. Da kommt der Evil von oben. Alter, was ein Bug. Maxi King was killed by. There are two plays with meaning. Da steht gar kein Name. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen bei dieser Aufnahme. Und ich hoffe, ihr... Ja, weißt du, durch wen er gekillt wurde? Durch mich. Ah ja. Und das ist... Die waren so feige, dass sie schreiben, ja. Gut, tschüss, bis zum nächsten Mal.